Hi Leute, ich bin erstmal auf der falschen Szene, egal. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Livestream. Es ist so warm in diesem Zimmer, alter. Warum ist es so warm hier? Ich habe schon ein Fenster extra aufgerissen. Ja, das ist echt absolut warm. Auf jeden Fall, hi Leute, kommen zu einem neuen Livestream. Hello, 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 ich hoffe es geht euch gut. Alter, Junge. Ja, willkommen auf jeden Fall zu einem neuen Livestream. Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Ja, warum sind wir 15, hä, steht das für ein 15? Wieso sind wir 15 Mitglieder auf YouTube? Hä? Und Dankeschön auf jeden Fall auch an Noah. Dankeschön, Noah. Kuss, 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 kuss. Vielen Dank für dein Twitch Prime. Danke, danke, danke. Aber wer, ich weiß, wer, Chris Tal hat eine Mitgliedschaft da gelassen. Aber, ich glaube, dann wären wir auf 15 noch nicht. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist mir gerade absolut warm. Ja, das ist nicht normal hier drin, ne? Ähm, so. Jetzt aber erstmal. Ähm, hi hier Spraten. Ich habe gerade noch schnell ein Kinder-Country gefetzt. Jetzt habe ich überall in meiner Zahnspange diese Nisse hängen. Ne, ne? Hi hier Spraten. Hi Jutti. Hi Thomas. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hi Aale. Ne, Aale, du bist leider nicht Erster geworden. Es tut mir leid. Sogar der Bot war vor dir hier. Oh shit. Oh shit. Hi Fabian. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hi Ribble, die Bibble. Hallo Schnuckibär. Ich hoffe, das ging wirklich an mich, ne? Weil sonst weine ich, sonst weine ich, sonst weine ich. Ähm, so. Hi, 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 hi Noah. Ähm, so. Ich muss hier erstmal durchscrollen, weil ihr so viel geschrieben habt. So, hi. Einfach der Elo. Hallöchen, wie geht's Sarah? Eigentlich gut, aber irgendwie habe ich ein bisschen Zahnschmerzen. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich gut. Sonst geht's mir eigentlich gut. Und Dominik. Oha. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Dankeschön für die tausend Bits. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Lasst gerne ganz viel Liebe dafür, Dominik. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. So, ähm. Ey, for real, heute gefällt überall Wieste. So, hallo Sarah, hier ist Isa, ja. Hallöchen. Hi, Gaming Noah. Hi, Ella. 33 Monate ist insane. Alter, stimmt. Ich höre mir einfach auch schon 30 Monate. Sarah, bin ich los? Welcher Song ist nochmal dein Sub oder Song? Äh, keine Ahnung. Wie ist das halt über allen anderer? Ich habe meine Kamera aus Versehens umgestellt. Jetzt, das nervt mich voll. Weil die ist jetzt wieder ganz leicht anders. Das triggert mich. Hi, Lego. Hi, Tobias. Pyro-Fan. Hi, Frida. Und wie viel verdienst du jetzt mit YouTube? Nicht viel. Nicht viel. Also, ich verdiene halt nur durch Subs, ne? Und bei Subs kriegt man... Ey, ich wackel wieder zu sehr. Ich kann nicht wieder sitzen. Tut mir leid. Bei Subs kriegt man 70%, soweit ich weiß. Also kannst du das schon selber zusammenrechnen. So, warte mal. Ich muss mal kurz Frida schreiben. Äh, nicht Frida. Hier, Kristall. Falls Kristall noch nicht da ist. So. Hi, Eye Crafter. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Sarah, die ist nur so warm, weil du so unglaublich heiß bist. Ja. Imagine. Kann man bei dem 1 oder 1 den Spiel muss aussuchen? Nee. Äh, machen, äh, das Angel-Kid auf Gomme. Ich bin mit Paulina in Kroatien. Na, viel Spaß euch. Viel Spaß euch. Hi, Hand of Bricks. Hi, Dominik. Auf jeden Fall danke schön nochmal für die 1000 Bits. Kuss, 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 kuss. Hi, Kilian. Ich werde wahrscheinlich nie Voice-Mod haben. Oh nein. Hä, aber warum könnt ihr denn nicht das Microsoft-Passwort zurücksetzen? Also, ich weiß, also, ja. Hi, Finn. Wie geht es dir? Heilig. Morgen wieder Schule. Gar kein Bock. Ja, wo ist das Wochenende so schnell hingegangen? Ich check es nicht. Ich verstehe es nicht. Also, das ist nicht mehr normal. Irgendwie, weiß ich nicht. Das Wochenende hat doch gerade erst angefangen. Jetzt ist es schon wieder gefühlt zu Ende. Und es nervt mich richtig. Das nervt mich voll. Ähm, so. Ja, irgendwie fühle ich mich wieder richtig verpeilt, weil ich wieder so spontan den Stream gestartet habe. Äh, und du verdienst durch Mitglieder. Und erst mal, hallo, wie geht's? Lange nicht mehr da gewesen. Hey, Kristall. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Vor zwei Tagen YouTube-Video hochgeladen und innerhalb von 20 Stunden einfach meistgesehenes Video. Oha, okay. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kein Bock auf Arbeiten morgen, aber immer, wenn ich hier reinkomme, bin ich emotiviert und weiß dann, dass ich alles schaffe. Auch mal ein paar Arbeitstage. Oh Gott, wie süß. Wie süß. Hi, Sarah, Legolas. Warum kostet es was, wenn man Mitglied werden will? Ähm, das ist halt einfach auch so, um den Streamer zu unterstützen. Und dann kriegst du halt auch Emotes. Du hast dann so eine Pizza vom Namen. Fällt es halt im Chat auf. Ich kann auch extra die Kommentare so filtern lassen, dass mir nur die Mitglieder angezeigt werden und so. Warte mal. Wo sehe ich hier dann meine eigenen Emotes? Hä? Ach so. Oh mein Gott. Ich bin bei Google Chrome. Wir haben einen anderen Account drin. Da kann ich lange suchen. Moment. Hier, warte mal. Ich schicke einmal. Ich zeige mal meine Emotes, die ich habe da. Das sind die Emotes, die ich drin habe. Ja. Oha! Dominik! Alter! Kuss, kuss, kuss! Dankeschön! Vielen, vielen lieben Dank für die 10 Sub-Gifts einfach. Danke sehr. Danke, danke, danke. Warte mal. Kann man irgendwen, der einen bekommen hat? Wer einen bekommen hat? Hm. Scheiße. Ich glaube, ich kenne einfach niemanden von. Ah, danke schön, Dominik. Kuss, 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 kuss. Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin Verwaltungsfachangestellte. Hm. Hi, Sophie. Äh, ganz gut. Und dir, mir geht's auch ganz gut, Eyecrafter. Wo ist das lange Wochenende von letzter Woche? Ehrlich so. Das stimmt auch. Du warst ja nur am Saufen. Warte, wer? 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 War das auf mich bezogen? Oder hast du wieder bei irgendwer noch eine Nachricht geantwortet? Die zwei Wochen Urlaub haben geschmeckt? Ah, stimmt. Du hast ja Urlaub. Du hast ja Urlaub. Hm. Ich weiß, ob ich es lange nicht mal im Stream war, aber die Zahnspange ist super süß, ja? Ja, süß. Dankeschön jetzt. Danke, danke, danke. Ich hab die seit Dezember. Also seit Ende November hab ich die. Ja. Naja, da steht immer Fehler bei der Anmeldung über Lady Mod. Ah, das Passwort hast du, oder wie? Und du hast dir die, den, hast du dir den Lady Mod Launch heruntergeladen? Oder wo meldest du dich an? Oder meldest du dich im Internetbrowser an? Ähm, bin ich hier mit Jutti das einzige Mitglied? Ähm, wir haben insgesamt 15 Stück. 15 Stück, aber kann sein, dass du und Jutti gerade die einzigen zwei sind, die da sind. Hat morgen bis 11 Uhr Schule? Oha, nice. Nice, nice, nice. Meine Lehrerin hat mir einfach Hausaufgaben bei den Ferien aufgegeben. Einfach nur gottlos. Oh, okay. Ja, solche Lehrer, das ist echt bodenlos. Ist das Edo im Hintergrund? Yes. Nee, das ist das Schlimmste. Wenn Lehrer, alter, über Ferien Hausaufgaben aufgeben. Oder, was immer geil war, wenn man ein Buch lesen sollte. Das war immer bodenlos. Ähm, hi Sarah, ich bin Splissi, wurde entbannt. Hallöchen. Hallöchen. Ähm, Ribble nachziehen. Ähm, warte, ist Ribble noch auf Platz 1? Warte, war Ribble letzten Monat? Ich weiß nicht. Oh, oh, jetzt, oh, okay, okay, ist okay. Äh, hallo Emma, schönes Oberteil. Danke schön. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ja, ich hatte das noch nie angezogen. Und dachte ich so, heute wird es Zeit. Ja, eigentlich habe ich es bloß gekauft, wenn ich ein vernünftiges Oberteil habe für die Arbeit. Was ich im Sommer anziehen kann. Weil im Büro ist ja immer so, ja, kritisch. Sieht richtig gut aus. Dankeschön, Emma. Hi Alicia. So, ähm, du siehst richtig schön aus. Danke sehr. Ähm, ich habe gestern verpasst, weil ich voll krank war. Und heute kann ich leider auch nicht dabei sein. Aber morgen wieder. Okay, gute Besserung auf jeden Fall weiterhin. Hi Anzu. Sarah, ich habe ein Lebensziel erreicht. Was denn? Hey Sarah, ich habe dich vermisst. Gott, wie süß. Wie süß. Aber ich muss irgendwie wieder lernen, kürzer zu streamen. Ich muss das wieder angewöhnen. Weil, alter, das war die Härte. Einen Monat, jeden Tag, drei Stunden, dreieinhalb Stunden zu streamen. Das ist wohnlos. Also, ja, keine Ahnung. Oh, René, danke für den Follow. Vielen lieben Dank. Also, ich weiß nicht. Irgendwie brauche ich mein Leben zurück. Und vor allem, wenn ich noch Daily-Uploads bringen möchte und so. Und, ja. Letzten. Warte, was, 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 was? Ähm. Ja, Passwort und Label Launcher ist auf Desktop. Hm. Sonst, kann dir hier Spraten nicht helfen? Ja, ich glaube, ihr seid doch gut im Kontakt, oder? Kann dir hier Spraten nicht helfen, weil vielleicht weiß er, wo der Fehler liegt. Also, ohne, dass du jetzt, ähm, ihm sein Passwort gibst. Ja, dein Passwort gibst. Hallo, meine allerbeste Freundin. Was geht ab, was geht ab? Äh, Pababu, bist du's? Habe ich irgendwas verpasst? Wann kommst du so in meinen Stream rein? Oh. Ich hab, äh, ich fäll' gerade auf, weil ich aufpassen muss, weil ich keine Socken anhab und es ja hier gewisse Kandidaten gibt. Und, ähm, die gewisse Fetische verfolgen. Ja. Dachte, ich mach mal anders. Ach so. Ich bin das Liegner hier. Ja, Pababu, kannst du nicht öfter so nett reinkommen im Stream? Hi, Lukas. Wie geht's dir? Ist da Sprite Wasser drin? Sieht so aus. Nee, nee, Sprite. Hi, R8, äh, H3T. Was spielen wir heute? Äh, ich glaub, ich weiß nicht, ob ich Mario Party spielen soll. Ich glaub, ich lass's heut weg, weil Jakob gebannt ist. Ähm, ich ja ne kürzeren Team mache, dann würde ich mehr von Jakob hab. Ähm, hi, David. Also heute wieder eine MC Party? Nee, nee. Ähm. Kannst du machen hier Spraten? Dann müssen wir dran denken. Oh, mach das am besten nach Jump League. Mach das am besten nach Jump League, weil dann werde ich die Version wechseln. Ich spiel keinen Roblox. Benga, es wird sich auf der Aftershow-Party abgeschossen. Oh. Hier, Pababuna, ich erwarte einen Bericht. Ich erwarte einen Bericht, wie es war und so. Ich erwarte ein Audio. Andere streamen 8 Stunden am Tag, stell ich nicht so an, Sarah. Hing mir heils im Maul. Ich werd dich mal sehen, wie du nach, äh, jeden Tag über 8 Stunden arbeiten, noch hier lange streamst du. Gut so. Du schaust auch mal wieder, äh, heute schön aus. Dankeschön. Wohl, auch mal wieder Zeit. Hi, bin nicht zu spät. Nee, alles super. Alles super. Hi, Kershix. Dachte, ich mach mal anders. Ich bin das. Liegt nicht. Scheiße, selbst geleakt. Oh mein Gott. Bin ich der Einzige, der sagt, dass du dich mit der Zahnspange wie 16 anhörst? Nee, ich verstehe bis heute nicht, warum du sagst, dass ich mich mit der Zahnspange jünger anhöre. So, jünger aussehen, okay, aber jünger anhören, verstehe ich nicht. Morgen Abi schreiben gar nicht gut. Hä? Abi? Schreibt man jetzt schon Abi-Prüfungen? Oder was? Wie heißt du? Sarah? Hi, Fatma. War mit meiner Familie und meiner Oma wandern. Oha, gewöhn dich nicht dran. Doch, 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 doch. Ähm, so, hi, Bia. Ich hab letzte Nacht geträumt, dass du bei mir vorbeigelaufen kommst, also bei mir zu Hause. Und dann hab ich mich richtig gefreut und dich umarmt. Schade, dass es ein neuen Traum war. Liebe dich, ne? Frieda, aus welchem Bundesland kommst du nochmal? Geile Sau. Mann, ich weiß nie. Warte, ging das jetzt? Am Ende ging das jetzt. Es ist so dumm, weil ich nie weiß, am Ende die Nachrichten ging. Ah, ich hab keinen Bock, jetzt nachzuschauen. Irgendwie nerv ich dieses Programm noch. Weil ich nicht sehen kann, wer auf welchen antwortet und welche Nachrichten an mich gehen. Und, ach, ja, nicht so geil. Echt mal, Pamabu, sei mal netter zu Sarah. Ja, ne? Liebe, Grüß Gott, Fatma. Also dauert der Team heute nur eineinhalb Stunden. Also die letzte Tage hab ich auch immer so zwei Stunden gestreamt. Also mal gucken. Die meldet sich nie. Bitte? Ich hab mich immer gemeldet. Außer letztes Mal hast du dich einmal gemeldet. Mir geht's zum Glück schon besser. Sehr gut, Lukas. Ey, Lukas, dann haben wir ja Freitag ein Date. Mit den anderen. Und die Lappen. Ähm, mir geht's auch gut. Außer ich muss noch verkraften, dass du Freitag krank warst. Und wir deswegen uns alle nicht treffen konnten. Nur wegen dir. Nur wegen dir. Sarah, ich hab heute den ganzen Tag gewartet, bis du live bist. Oh. Also Kristall hat mir auch schon öfter geschrieben. Ich hab mich schon richtig schlecht gefühlt. Aber ich hatte noch Besuch und so. Und dann wusste ich die ganze Zeit nicht, ähm, wie spät der Besuch endlich geht. Hat Spaß. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Hey Adam. Paul hat die Secrets raus. Oh, haut die Secrets raus. Scheiße. Hab mit Dilara und Tram wechseln auf dem Lebensstil erreicht. Oha. Oha, oha, oha. Mit wem warst du überhaupt jetzt unterwegs? Okay. Zwei Kandidaten hab ich in der Story gesehen. Aber da. Aftershow-Party. Ja, da bin ich mich richtig lost fühlen. Hi, du bist sehr schön. Dankeschön. So, im Winter easy, aber im Sommer will ich Tennis spielen. Na. Ja, man beginnt bei mir Abi. Oha. Okay, viel Erfolg auf jeden Fall. Viel Erfolg. Hey Elias, du bist so cool. Danke sehr. Ähm, ich hab heute die Zimmer von meinen Kindern aufgeräumt und umgestellt. Oh. Ich hab heute, also, ich will direkt die Nachricht nochmal vorlesen. Du bist voll hübsch. Danke sehr. Du bist schön. Danke, danke, danke. Oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit den Grüßen langsam einstellen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du bist sehr schön und wundervoll. Danke. Hi, ich bin neu. Hallöchen. Und Schnitzelpommes. Dankeschön für den Rate. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream zusammen. Und Hallöchen an alle Leute. Ja, ich mach grad etwas Chatting und dann wird später noch Minecraft gespielt auf Gomme. Auf ganz Oldschool. Kann ja mal reinschreiben, was bei euch so ging. Aber Dankeschön auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Danke. So, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist los? G, H, J, G. Hast du eigentlich einen guten PC? Also er reicht für Minecraft und Stream. Warst du krank? Nee? Wieso? Ich heule. Warum? Hi, Jana. Mit Freemix. Lara, Anna, Honey, Poo, Papa, Platon, Masha, Nico, Sid, Willi, Elias. Okay, reicht, reicht, reicht. Ähm, bis jeden Tag gleich mal unter Handschuhen. Ich muss morgen bis 20 Uhr eine PowerPoint abgeben. Und meine Gruppe wollte das diese Woche machen und ich weiß, was letzte Woche machen. Aber die meinten, lass uns heute treffen und jetzt mach ich die PowerPoint alleine fertig. Der Klassiker. Man kennt es doch. Man kennt es doch. Ähm. So, siehst voll cute aus. Danke sehr. No Reacts, weißt du. Okay, reicht. Hi, Monika. Hey, wie lange musst du denn den Mundspreizer noch tragen? Jünger, könnt ihr bitte nicht einfach, könnt ihr nicht einfach nur Zahnspange sagen? So, alle Wörter, die hören sich richtig scheiße an. Aber ich muss die eineinhalb Jahre tragen. Ich hab die seit Ende November. Ja. Ähm, ähnliche Schnitzelpommel off-saved. Oh, wie nett. Wie nett. Hi, bin ich, Hallöchen. Hi, Lovely Socks. Geiler Name. Äh, ich war noch nie live. Oh. Würde es einstellen, weil es wirklich hier in Stream ist. Ja. Dann mach ich irgendwie. Ähm, muss ich Ben fragen, ob er so einen Comment erstellen kann. Dass, wenn die Leute so fragen, kannst du mich grüßen. Dass, ähm, ja. Oh, wenn das Wort grüßen kommt. Wenn das Wort grüßen kommt, dann muss er Comment zuschlagen. Ähm, hi süße. Hi. Hi, bin wir da. Hi, Hannah. Du nuschelst halt. Und das hört sich so süß an, dass du jünger klingst. Hä? Aua. Aua. Äh, und dankeschön für die ganzen Abos. Danke, danke, danke. Kuss, 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 kuss. Ähm. Ähm. Wie lange muss ich die Spangeln noch tragen? Das hört sich doch schon direkt besser an. Also ich muss, äh, da muss ich ja noch knapp ein Jahr und zwei Monate tragen. Ungefähr. So. Wow. Einfach die ersten 10 Minuten und schon 243 Personen. Ja. Hier haben wir gerade 326 Zuschauer auf YouTube. Das ist so heftig. Willst du einen Keks? Boah. Seid ihr so heftige Keks, SH? Aber Kontext nicht. Warte, was? Ach so. Jetzt zocken wir, ich und die Kinder zusammen, Mike of Bad Rock. Viel Spaß. Hi. Bin mir da. Sehr schön. Hi, Oliver. Hallöchen. Hallöchen. Kann ich auch. Brauch nur recht. Hi, hi, hi. So. Simon Desu ist immer so böse zu mir. Bitte? Simon Desu? Was? Schafft die 50.000 Abonnenten? Also, man. Thomas, danke. Wirklich auf einen sehr guten Weg, ne? Das ist so krass, ne? Also, wirklich vielen, vielen lieben Dank an jenen, der momentan zuschaut und abonniert und so. Junge. Das ist so krass, ey. Wirklich. Dankeschön. Also, wenn ihr beitragen wollt, dass wir die 50.000 Abonnenten klacken, dann könnt ihr sehr gerne ein Abo da, dass wir auf YouTube. Das würde mich übelst freuen. Momentan ist echt cool. Das freut mich richtig, richtig, richtig doll. Ja. Kuss, kuss, kuss auf jeden Fall. So. Hi, die Foxys. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Du bist süß. Dankeschön. Hi, Humaira. Oder so. Bring mal ein Uwe. Würde mega klingen, glaube ich, ne? Warum finden alle Uwe so geil? Und Jason. Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, lass mal ganz viel Liebe da. Hier. Im YouTube-Chat. Lass mal alle ein Herz da. Für Jason. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Vielleicht grüßt du nur die ersten drei Leute, die gegrüßt werden wollen. Das könnte ich auch machen, ne? Komm mal aus Sachsen. Ah, okay, okay. Hallo, bin mal wieder da. Hallöchen. Das ist gar nicht böse gemeint, Sarah, aber es ist wahr. Okay. Du bist so cool. Dankeschön, Emil. Hi, Silas. Wie geht's dir? Ara, Ara. Oh Gott, Paul. Wenn du das schreibst, muss ich direkt an eine gewisse TikTokerin denken, Alter. Dann quencht das wieder komplett rein. So. Eyo, Name-Twin. Was geht's? Zoom und bei dir so. Und Dankeschön für dein Follow, die Forksys. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Hallo, hast du mich erreichen? Bitte was? Warte. Bitte. Du bist sexy. Okay, danke. Hi, hi, Jason. Dankeschön. Danke, danke, danke. Danke. So. Du bist so cool, denke. Komm mal rein und es wird über Uwe gesprochen. Ja, wirklich. Uwe ist cringe. Wirklich. Also, nee. Ich finde das irgendwie einfach nur weird. Hi, Janis. Wie geht's dir? Hi, Medina. Bonjour. Bonjour. Wer ist Nightbot? Ein Bot, der Fragen beantwortet. Hi, hi, hi. Gut und dir? Mir geht's dir auch gut. Bin gerade nach Hause gekommen. Ah, okay. So, hi, Ade. Hi, Sana. Ich muss los. Okay, ciao. Hi, Kerstin. Hallöchen. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Foxy? Hi, bin neu. Kannst du mich grüßen? Hi, Abi. Grüße an dich. Sarah kann kein Herz auf dem YouTube-Chat dalassen. Habt YouTube-Stream auf dem Fernseher und Twitch läuft am Handy. Ah, okay, entspannt. Wir haben wieder 427 Zuschauer. Was ist denn momentan los? Dankeschön, Leute. Es freut mich so sehr. Sarah, Kinder, Pinguin oder Milchschnitte? Okay, Leute. Ja, das ist Andra, Janis. Jakob. Ja, Leute. Kinder, Pinguin oder Milchschnitte? Kinder, Pinguin oder Milchschnitte? Ich liebe deine Friese. Dankeschön. Danke. Bist du verheiratet uns Flamme? Ich war auch noch nie seine Flamme, Alter. Kann heute leider nur eineinhalb Stunden dabei bleiben. Morgen geht wieder Schule los und ich muss noch ein bisschen Referat vorbereiten. Okay, alles gut. So. Ça va, ça va bien, merci, et toi? Hi, bin neu drin. Hi, Asumi. Warum live? Warum nicht? Soll ich wieder aufgehen? Auch gut, danke fürs Fragen. Sehr schön. Katastrophe, schön. Den Kids, äh, das Taschengeld klauen. Wurde es mir aus Shorts empfohlen, leider. Ah, aber wenn du bei mir kommentierst, dann, ähm, trägst du erst recht dabei. Und außer dem, Alter. Okay, wahrscheinlich Kids das Geld aus den Taschen ziehen. Genau, jetzt kommt ein Sub rein. Dankeschön, Yannis. Kuss, kuss, kuss. Dankeschön. Alle gefühlt, außer zwei, drei Leute. Aber der Rest, die sind alle volljährig. Und alle, die jünger sind, sollten nicht mal die Möglichkeit haben, sich was kaufen zu können. Also von daher, ja, tschöne mal, Bro. Und ich sag auch immer extra dazu, die sonst nur machen, wenn die das Geld auch übrig haben. Und nicht ihr Taschengeld für mich, ähm, verschwenden. Ja. Junge, Pamabu, ich sehe ja, wer Kanalmitglied ist. Und bei, äh, YouTube kann ich es ja auf jeden Fall bestätigen, dass es so ist. Ähm, und Dankeschön. Danke, danke, danke. Äh, für dein Follow. Vielen lieben Dank. Als ob das stimmt. Doch, Junge, das sind alles meine Mods gefühlt. Alle meine Mods sind gefühlt. Äh, alle meine Mods sind gefühlt, nur Kanalmitglied. So, und Dankeschön an dich für dein Abo. Junge, Pamabu, wahrscheinlich gucke ich da nach das, was bei YouTube steht. Ich kenne die Leute. Warum soll ich irgendeinen Wille erzählen, wenn man das nachweisen kann? Ähm, Dankeschön auf jeden Fall, Jason. So. Mh, 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 bien et toi. Ah. Wahrscheinlich habt ihr Schluss gemacht, weil du, Mensch, mach, hier, äh, heißer Candy, bitte. Hier, Jotty, mach, äh, kannst gerne diesen Candy, äh, rausspüren. So. Wegen dir habe ich keinen Taschengell. Paul, du Hund. Du Hund. So. Ähm, jetzt habe ich gar nicht, äh, okay, warte mal. Milchschnitte, Pinguin, 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 Milchschnitte, Pinguin, Milchschnitte. Warum, ich verstehe nicht, warum alle so Pinguin so geil finden. Ich finde Milchschnitte so viel geiler. Wirklich. Sarah, eine Frage. Warum haben manche Leute schon mehr als eine halbe Pizza, wo du noch nicht mal seit mehr als ein Jahr die Möglichkeit freigeschaltet hast? Weil ich früher mal YouTube-Partner war. Und da hatte ich die, ähm, Funktion schon mal. Aber dann, äh, ich glaube, ich habe das wegen Corona, weil ich da so lange inaktiv war und so. Ähm. Ähm, da habe ich es verloren. Ich glaube, das war in der Corona-Zeit. Äh, wie lange machst du noch mal gucken, solange ich Bock habe? Bin nicht verliere, ich bin neu. Okay, okay, perfekt. Wann wird wieder gesungen? Ich glaube, gar nicht mehr. Weiß ich nicht, mal gucken. Ich bin auch Kanalmitglied, Pamabu, bist du es? Wegen die, ach so, ich habe gerade schon. So, finde beides geil. Hm, Milchschnitte ist es einfach. Hier, namensloser User könnte auch direkt, äh, komplett wegbannen vom Channel. Also, brauchte keinen Timer, könnte direkt wegbannen. Sarah, ausreden für die Inaktivität. Nein, nein. Nein, nein, das Ding ist, in der Corona-Zeit war halt nicht immer die Gamescom. Da hatte ich nicht mal mehr meinen einjährigen Gamescom-Blog. Aber dann, ja, was ist noch mal schwieriger? Hi, Chicken Wing. Ja, je ne comprends pas Casque 2D. Was? Du verstehst nicht, was ich sage? Junge, das kann ich noch übersetzen. Ich glaube, das ist sogar richtig. Wir werden mal Mitglied, ähm, mit, also, das günstigste ist für 99 Cent. Aber wie gesagt, nur, wenn ihr wirklich, ähm, das Geld übrig habt. Und alles drum und dran. Nicht, wenn ihr das Geld selber gebrauchen könnt. Äh, eine Frage. Wenn man die Mitgliedschaft beendet und jemand wieder anfängt, hat man die Stücke Pizza dann noch? Ach ja, also, wenn du jetzt in einem, also, wenn du die jetzt beendest und, nehm mal an, du hast die halbe Pizza, du beendest das und in einem halben Jahr, ähm, machst du wieder eine neue Kanalmitgliedschaft, dann bleibt die halbe Pizza auf jeden Fall. Muss leider auf, hab 5%, okay, ciao, 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 ciao. Kannst du Spanisch verstehen? Ne, warum zitterst du so? Also, ich zitter nicht, ich kann einfach nicht still sitzen und dann wackele ich dauernd hinterher. Also, hin und her. Es kann doch wirklich nicht der Einzige sein, der sagt, dass du mit Zahnspangen jünger klingst. Ich heule gleich. Tja. Tja, 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 Kollege. So. Hi, Artiflix. Je ne comprends pas que tu dis parle français, si tu le plait. Hi zusammen. Hi, Max. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche noch ein bisschen Englisch, äh, ein bisschen Französisch und halt nochmal Deutsch. Tja, belle. Merci. Hi, Paulina. Still sitzen ist bei mir auch ein Problem. Ja, ich kann einfach nicht still sitzen. Ich kann es einfach nicht. Sarah, süß siehst du aus. Dankeschön. Danke, danke, danke. So. Moment. So, äh, okay. Ich bin auch Französisch, okay. Und moin, hi. Wie lange noch Zahnspange? Ähm, ein Jahr und zwei Monate, wenn der Kieferorthopäde sein Wort hält. Ich hoffe, ich werde die Zahnspange schon eher los, das wäre so geil. Oh, ich muss echt gleich langsam mit Minecraft anfangen, sonst wird es wieder so spät. Gestern mitbekommen, wie Justin Noah und Fuchs hier über dich geredet haben. Wie, wo, was? Ich hoffe, du gut bist. Hä? Wo hast du das denn mitbekommen? Was haben die gesagt? Was haben die gesagt? Ja, ja, die Beine sind so süß. Also, es würde mich sehr wundern, wenn die was Fieses gesagt haben. Hi, Monala. Nice try. Okay. Ich bin 24. Ah, okay. Ich bin wieder im Live dabei, war einfach nur am Scrollen und jetzt sehe ich sie wieder. Na. Siehs. Siehs, siehs, siehs. Hi, auf jeden Fall an alle Leute. Hallechen. Äh, Ronaldo auf jeden Fall. Hi, Katharina Metzler. Okay, warte. Ich öffne schon mal Minecraft. Wir spielen als erstes auf Gomme und dann Jump League. Also könnt ihr schon mal gerne der Party beitreten. Jakob, ich brauche dich in meinem Team, okay? Lass die Spange drin. Von 53 Zuschauern sind 300 nur wegen der Spange da. Wahrscheinlich, warum sollten Leute zu wegen der Spange da sein? Sonst wurde man immer gemobbt, wenn man eine Zahnspange hatte. Sonst wurde man immer gemobbt. Ich hatte dich letztes Mal nach deinem Sternzeichen gefragt. Ah, okay, okay. Sie hat einen coolen Motzen an der Magie, aber sie selber stinkt. Ja. Und jetzt die Wahrheit? Meine Eltern nervt das voll ab, wenn ich da immer so unschul sitze auf der Couch. Ja, ich kann's halt auch nicht. Ich kann's halt auch nicht. So, Markensymbol. Ach so. Mensch. Nicht. Hat's auch früher einen Hype ohne Zahnspange. Also ich glaube, ich krieg das auch ohne Zahnspange. Weiterhin. Ich bin wegen der Zahnspange noch drin, ja. Leute, können wir bitte alle jetzt in den Chat schreiben, dass ihr alle wegen der Zahnspange da seid? Ich will jetzt, dass ihr das alle reinschreibt. Ich will jetzt, dass ihr alle reinschreibt, dass ihr wegen der Zahnspange da seid. Äh, je suis abonné fest... Was? Äh, kein Plan. Da hört's auch schon wieder auf. Da hört's auch schon wieder auf. Du bist hässlich. Spaß. War cool. Dankeschön. Dankeschön. So, ich bin wegen Zahnspange da. Ja, das war auch so klar, dass Paul der Erste ist, der sowas schreibt. Und dankeschön, Malek. Vielen lieben Dank für die 100 Bits. Kuss, 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 kuss. Dankeschön. Your safe, denke ich auch. Also, dass du genauso ohne als auch mit Unendlichkeit. Dankeschön. Seit wann hast du die Zahnspange? Seit Ende November. Bin wegen der Zahnspange da. Sehr gut. Das will ich lesen. Aber man, soll ich dir was sagen? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich und meine Kinder sind nicht wer? Was? Schreibt der eine extra französisch? Oder ist die Person Franzose? Ja, weil ich auf Französisch geantwortet habe. Schreibt die Person, glaube ich, jetzt auch weiter auf Französisch. Du bist so toll. Dankeschön. Meine Kinder sind nicht nur wegen der Zahnspange bei dir im Stream dabei. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich. Du bist voll hübsch. Danke sehr. Kannst du mich grüßen? Die Grüße an Eva. Ey, ihr müsst das mit den Grüßen echt irgendwie einstellen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich glaube, eigentlich ist es, glaube ich, echt eine gute Idee. Wenn ich irgendwie immer die ersten drei Leute im Stream grüße oder so. Ich finde die Zahnspange schön. Danke sehr. Du bist cool. Danke, danke, danke. Hi, Callblo. Blacklist oder Bot? Ja, Blacklist finde ich low. Ich lasse mit einem Nightbot. Habe ich schon mit beiden abgesprochen. Werde ich wahrscheinlich mit einem Nightbot darauf antworten lassen oder so. Mal gucken. Ich bin auch nur wegen der Zahnspange. Ach, deswegen, Lukas, hast du wieder den Kontakt zu mir gesucht. Deswegen unternehmen wir jetzt immer wieder was. Ach so. Jetzt verstehe ich es. Oh, war das Game auch auf Minecraft? Oh, ups. Oh, stimmt. Party kann ich schon mal erstellen. Warte. Also Leute, ich habe ja schon mal die Party erstellt. Und danke schön, Max, für die 5-Bits. Kuss, 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 kuss. Danke schön. Danke sehr. Wie alt bist du? Bist du richtig hübsch? Seit wann hast du die Zahnspange? Ich habe die seit, ähm, warte mal. Ähm, warte mal. Ähm, warte mal. Ähm, warte mal. So. Äh, Ronaldo oder Messi? Ronaldo. So. Mann, das sind wieder nur so Grüße, Nachrichten. Leute, ich werde, glaube ich, nicht mehr grüßen, weil sonst besteht der ganze Stream nur aus Grüßen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Bisschen blöd. Du bist die Schönste auf der Welt. Dankeschön. Ne, die haben irgendein Skyblock-Projekt. Und weil Fuchse einen Mädchensquad haben wollte, aber nur drei Mädchen auf dem Server, haben die geredet, welche weibliche Make-Up-Stremerin sie kennen. Und die haben so gesagt, sie kennen da kaum welche außer halt so Dich, Merle und Honeypoo. Ah, okay. Ich verstehe. Wie sieht man, Make-Up? Ich sehe nur die Reflexion. Ist kein Joke. Äh, was? Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal eine öffentliche Party. Also, von daher kann ich schon mal der Party beitreten. Äh, ich bin Sternzeichen-Steinbock. Sarah, ich würde das komplett wegmachen, weil dann wird das auf Krampf gespampt, weil ja jeder einer von den drei Leuten sein möchte, die Grüß werden. Ja, okay, aber ich habe nur die ersten drei im Stream. Dann passt das ja auch. Hm. Ja, keine Ahnung, dann lasse ich ganz weg. Mal gucken. Und Paul, Dankeschön für dein Abo. Und Nancy, Dankeschön auch an dich. Danke, danke, danke. Heile Expert, wie geht's dir? Du bist schön, danke sehr. Bin da wegen Metallzaun, Jinge. Du, Ripple, äh, da hast du schon einen Time-Out verdient, ne? Warte mal. Hm. Warte mal. Habe ich ihn jetzt so time-outet, dann ist er lange weg. Hast Glück gehabt, Ripple, hast Glück gehabt. Sonst hätte ich dich jetzt getime-outet, aber ich hätte jetzt keinen Bock, dich lange weg zu time-outen. Ähm, also neue Regeln nur, die ersten drei werden gegrüßt. Ja, ich gucke noch mal. Ich gucke noch mal. Hm. So. Oh, ich habe mich... Ja. Ripple, ich habe mich verschrieben. Oh, Mann. Ähm, ich finde es schön, dass sie es aber gesagt haben in den ersten zwei Minuten in dem Jahr, wo ich in einen anderen Stream reingeschaut habe. Oh, Jinge. Danke, schön, dass ich mich direkt verschreibe. Hallo, IT-Gion. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen großen Bruder. Was tust du morgen? Arbeiten. Streamen. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal. Ach so. Ich dachte gerade... Ja, ist das so dumm? Jungen. Dieser Chat, diese Gruppe, diese Discord-Gruppe, ich glaube, die killt mich noch komplett. Hm. Überall, wo ich hinschaue, verfolgt mich Kassam-Sara. Ja. Hi, Oma. Kannst du mich bitte grüßen? Ich werde... Mann, ich werde dich auch mal mit dem grüßen. Ah. Chat, ist das Stream bei euch flüssig oder war der bei euch manchmal? Also bei mir ist alles im grünen Bereich. Also eigentlich sollte er das nicht. Äh, ich schreibe das... Oh, ich habe die IP, glaube ich, für die Talks hier reingeschickt. Kann das sein, dass ich mich verklickt habe? Ihr müsst auf gommahd.net kommen. Gommahd.net. Ich schreibe nachher jetzt F da rein. So, jetzt könnt ihr die nicht übersehen. Ich bin wieder... Ah, nice. Nice, nice, nice. Äh, dann würde ich das in den YouTube-Chat schreiben. Ja, sonst mache ich nur... Ähm, ne, mache ich gleich gar nicht mehr, glaube ich. Ja. Ja, äh, Rubel, du bist halt frech, deswegen hättest du einen Timeout verdient gehabt, finde ich. Finde ich. Hättest du einen verdient gehabt. Ne, ist flüssig. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wer ist dein Idol? Boah. Too bad. Too bad, Tordi. Und so. Warte mal. So, wieso lachst du so? Na, weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. So. So, okay. Ähm, ich bin Russin. Oha, nice. Nice, nice, nice. Ähm, was ist los mit... Was ist los mit wem? Du bist geil. Danke. Hi, ich liebe deine Videos. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wann spielst du jetzt hier im Augenblick? Du bist genauso alt wie meine Cousine und siehst auch aus wie meine Cousine. Meine Cousine ist meine Idol. Süß. Hi, kannst du meinen Namen sagen? Du bist meine Lieblings-YouTuberin. Ich heiße Lilly. Hi, Lilly. Wie geht's dir, Sarah? Wie geht's gut? Wie geht's dir? Ja, Sarah, wieso? Weil ich dich verschrieben hab. Mann. Einmal verschreibt man sich im Leben und dann sowas. Paraboot-Zuschauer raffen, das gefällt nicht und hauen dann immer ab, für immer ab. Warte, was? Hä, Junge, warum sollte ich, wenn Leute, warum sollte ich Leute timeouten, nur weil die gegrüßt werden wollen? So, die haben ja nichts Böses gemacht. Achso, nach dem dritten Mal. Die, keine Ahnung, das checken die halt nicht und mich juckt das jetzt ja nicht, wenn die schreiben, dann ignoriere ich die Nachricht, wenn gut ist. Und wenn der Nightbot drauf antwortet, dann sollte das ja passen. Und wenn die zu sehr abpacken, dann ist halt so, dann kann man ja immer noch handeln. Was hältst du von Storygames und welches ist dein Lieblings-Storygame? Minecraft. Keine Ahnung, ich hab keins. Ich hab keins. Ich hab keins. Es tut mir leid. So. Aber ja, das, was Thomas sagt, das ist halt dann wirklich so, dann hauen die für immer ab, weil die es nicht raffen. Dann, ähm, hi Augustin. Ich hatte die Zahnspange, fünf, sechs Jahre habe ich es bekommen und ich hab oben die Zahnspange und im 2025 komm ich jetzt unten und dann muss ich noch vier Jahre mit die Zahn... Ah, okay, ich verstehe. Verstehe. Ah, ich bin so froh, weil ich die raus hab, ne? Also eigentlich stört die mich jetzt nicht, aber ich bin auch froh, wenn die weg ist. Ich bin auch froh, wenn die weg ist. Komm gleich. Okay, sehr gut. Hi Princess. Wie hast du allgemein der Lieblingsgame? Minecraft. Fangen wir an? Ja, wir fangen jetzt an. Hi Goat. Ähm, hab auch ne Zahnspange. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. So, Leute, wir starten jetzt. Mh. Mh. Junge. Ribble. Warte. Bodenlos, Ribble. Okay. Ähm. Dankeschön auch wieder für die ganzen Abos. Wir wechseln jetzt auch wieder zur Minekraft. Moment. Also, ihr könnt ja alle sehr gerne mitspielen. Wir haben eine öffentliche Party. Jakob, du musst in mein Team, okay? Okay, okay. Oh Gott, ich hoffe, Jakob kommt überhaupt in die Runde. Ist Jakob überhaupt hier drinnen? Ich seh Jakobs Namen nicht. Leute, was ist mit Jakob? Hab ich blind? Wo ist Jakob? Jakob ist Tankstelle? Jetzt ehrlich? Wann ist der Junge zurück? Oha. Der holt sich ein Red Bull. Für den Red Bull muss ich warten, damit er sich ein überteuertes Red Bull bei der Tankstelle holt, oder was? Jakob ist an einem besseren Ort. Oha. Ne, bin nicht in Runde. Ja, ich komme gleich. Was heißt, ich komme gleich? Hm? Hm? Jakob? Jakob, du brichst mir das Herz. Juck kein Jakob. Nee, du bist so frech, ne? Das ist bodenlos. Und mit wem team ich jetzt? Jakob, das Kippen holen, der kommt nicht mehr wieder. Oha. Krass, Jakob. Soll ich dich nicht eingeschätzt? Mit wem team ich jetzt? Oh, oh, warte. Ich habe eine andere Idee. Okay, wir machen vierer Teams, aber keiner darf irgendein Team joinen. Okay, wir machen zufällige Teams. Wir machen zufällig. Wir machen zufällige Teams. So, keiner darf ein Team joinen. Jo, Unendlichkeit. Warte, was, was, was? Sarah, warte bitte. Wir sind zu viele Leute. Ich muss schon mal eine Runde gehen. Äh. So. Wir sind schon über zwölf. Und es kann ja leider nur zwölf in der Runde. Das ist ein bisschen nervig. Cool, dass wir erstmal ein Mädchen Mecker spielen sehen. Nice. Nice, 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 nice. So. Ähm. So. Äh, Unendlichkeit. Du meinst Milch holen? Nee. Ich meine Jakob, hast bestimmt besser Zigaretten holen. Warte mal, was wird in die Gruppe jetzt noch geschrieben? So. Okay. Hallo, mit wem bin ich? Thiago, Schiffsarchitekt und White Sewell. Oh Gott. Ich will mal geschwollen, wie das hier gerade... Ja, okay. Was ist Team Rot für ein Team? Ja, okay. Das ist jetzt ja schon klar. Es ist jetzt schon klar, wer gewinnt. Ich sehe das erste Mal ein Mädchen. Paul ist so ein Lappen. Alter. Nie komme ich mit rein. Och, Frieda. Oh Mann, das ist echt traurig. Junge, ich habe schon so eine grobe Vorahnung, Vorahnung, welches Team wohl gewinnen wird. Also, mein Team, wir müssen uns anstrengen, okay? Wir müssen uns anstrengen. Hi, wie geht es euch? Gut und dir, Benjamin. Junge. Also, die Teams, die er so hat und fair. Oh, seid ihr in ein Team gegangen? Rebel, war es zu Fall? Oh, seid ihr in ein Team gegangen? Oh mein Gott, es hat mich jemand gegrüßt. Auf jeden Fall, kannst du genug? Ja, ich kenne genug. Du bist gut zumindest. Naja. Was? Du bist gut zumindest. Naja. Nie aufgeben. Hm. Ja. Also, ich kenne ja mein ganzes Team jetzt nicht, aber das andere rote Team kenne ich auf jeden Fall. Und die sind alle richtig gut. Wie kann man genau mitgliedern? Ich kriege es nicht hin, lol. Ähm. Warte, kann mal ein Mod den Link reinschicken, den ich heute im Hauptchat reingeschickt habe? Kann das ein Mod machen und die Person markieren, damit die Person das sieht? Ich habe es heute in den Discord Hauptchat geschickt, weil ich testen wollte, ob das geht. Kann das vielleicht ein Mod machen? Falls du das ein Mod machst, bitte in den Chat schreiben, damit ich weiß, dass sich darum gekümmert wird. Das wäre super, wenn ihr die Nachricht auch mal rausfischen könntet. Ähm. Guten Abend, schaffend dieses Mausenthalo-Chat. Hi. Hallöchen. Mann, locker. Ist kein Mod da, oder? Hm. Und Katsui. Katsui. Ja, ich bin so schlecht im Namen. Vielen lieben Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Danke, danke, danke. Kuss, kuss, kuss. Mach ich. Dankeschön, Ben. Danke, danke, danke. Bei iPhone wird das Mitglied-Button nicht angezeigt, aber ich habe dann das City-Team gefragt, ob es irgendwie einen Link gibt, was ich den Leuten schicken kann. Nee, gibt es nicht. Ja, jetzt habe ich selber gefunden, dass es einen Link gibt. Ja. Wo man dann, der sich dann scheinbar öffnen lässt. Also ist so dumm. Keine Ahnung. Oh. Ich habe die Kiste übersehen. Scheiße. Oh mein Gott, da war schon so guter Stuff drin. Dankeschön. Danke, danke, danke für deine Kanalmitgliedschaft. Ehre, Ehre, Ehre. Danke, danke, danke. Boah, ich glaube, ich werde nach dem Stream erstmal schön Nachos fetzen. Ha. Wozu braucht man Kisten? Vor allem, wenn man sowieso schon auf jede Kiste angewiesen ist, weil das andere Team OP ist. Also da kann man wohl die eine oder andere Kiste ruhig mal übrig lassen, würde ich behaupten. Oh. Äh, Wackler kann es nicht kopieren. Oh nein. Dann wird sonst... Äh, keine Ahnung, kann man dir sonst irgendwie... Hast du ein iPhone? Frag ich mal so. Hast du ein iPhone? Nicht gewartet. Wie lange soll ich da warten? Ja, komm, es tut mir leid. Ah, ich bin halt nicht so lange live, deswegen... Ah, ich hab deswegen extra... Ja, ich hab extra... Hier, Wurbel, seid ihr jetzt gezielt in ein Team gegangen oder war es wirklich Zufall? War es wirklich Zufall? Ich liebe dich, Dankeschön. Was ist dein Lieblingshobby aus der Zocken? Meinst du es Turnen, wie man an meinem Bild sehen kann? Boah, ich hab gar keine Zeit sonst. Ich liebe dich, Dankeschön. Also, wir sind quasi nur bei Android auf dem Kanal angezeigt. Ja. Also, ich sage heute, wenn ihr ein iPhone habt, dann wird das Scheibenbutton nicht neben dem Abonnierbutton angezeigt. Ähm, sondern... Wenn man kanalwegliegern möchte, geht das nur bei Android oder über diesen einen Link, den ich jetzt gefunden habe. Du bist die Beste, Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Mann! Äh, wir spielen Jump League auf gomma.de.net. Jetzt, wo du Nachos erwähnst, hab ich richtig Hunger bekommen. Ja. Aber Nachos sind halt auch geil. Nachos sind Liebe. Aber jetzt ist Jakob online. Jakob. So. Wieso hast du mich gar mehr so? Hm. Irgendwann hast du Teammates. Irgendwann hast du Teammates. Das ist doch schon mal gut. Ich hab Samsung. Ah, okay. Und Thomas! Hä, lol! Thomas, als ob du schon die silberne Pizza hast. Okay, ich glaube dann... Wie lange ist die silberne? Ich glaube, dann hast du, ähm... Dann hast du die größte Pizza bisher. Also es Android doch besser als iPhone. Ah, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das davon abhängig machen würde. Warum komm ich nie rein? Weil ich sogar Leidmott hat nicht funktioniert. Hier sprechen, konnte mir nicht helfen. Hm. Ich weiß nicht, ob ein Mod dir sonst irgendwie helfen kann. Du hast auch Wubel gehört, dass er sagt, ich komm nicht mehr. Ist das Frecheste, was ich je gehört hab. Äh. Wubel meinte, du kommst, äh... Du gehst Zigaretten holen und kommst nie wieder. Was willst du am meisten? Hm. Minecraft. Hi, alle. Wie geht's? Wie lange bist du schon live? Habt ihr den Start irgendwie verpasst? Äh, 49 Minuten auf Twitch. Ich hab geliked. Dankeschön. Lohnt sich ein Mitglied? Nur, wenn ihr das Geld übrig habt, soll ich das machen. Okay. Okay, okay, okay. Ihr fallt halt in den YouTube-Kommentaren auf. Im Chat habt ihr halt einen grünen Namen. Habt so eine Pizza vor allem Namen. Ihr habt extra Emotes und alles drum und dran. Das sind halt so die Vorteile. Das muss halt so jeder, ähm, für sich selbst wissen, ob es einem das Geld wert ist. Sagen wir so. Mann, dieses Modul nervt mich jetzt schon. Wie geht das? Also, was soll ich dazu noch sagen? Bin zwei Jahre! Als ob du zwei Jahre Mitglied bist. Alter! Ey, immerhin hat es sich gelohnt, weil jetzt habe ich wieder Partnerschaft. Jetzt sieht man das wenigstens wieder. Oh, Mann. Es ist lustig, jede Antwort ist Minecraft. Das tut mir leid. So. Du bist cool und machst coole Videos. Dankeschön. Seit wann kann man live liken? Äh, kann man. Schon immer, glaube ich sogar. Ähm, ich hab noch nie Nachos probiert. Boah, holt euch diese Chio Nachos und dann dieses Paprika. Äh, ich glaube Wild Paprika heißt das, aber ist ein bisschen scharf so. Aber, und dann von EDK, von der EDK Eigenmarke, den Käse Dip. So, der einfach so pur, ähm, Käse ist, ohne irgendwelche anderen Dinger dazwischen. Das finde ich geil. Das ist die beste Kombi in meinen Augen. Hm, Chakalaka, Chips over, alles. Hm. Hier, Jakob und so. Wollen wir uns nicht mal alle irgendwo treffen? In Hannover oder so? Das wäre voll lustig. Das wäre übelst witzig. Ich muss leider gehen. Ciao, Junge. Junge, ich komme nicht voran, ne? Vor allem Modul 7, warte mal. Ich muss mich jetzt anstrengen. Sarah gibt Nacho-Anweisungen. Ja. Nein, ich mag nicht scharf. Aber ich finde das okay. Ich esse nie Scharfes, aber das finde ich in Ordnung. Ja, es sind nur drei Stunden oder so. Also ich muss auch drei Stunden fahren, über drei Stunden. So, Thomas. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Dankeschön. Oh mein Gott. Modul 7 ist leicht. Hör, Thiago war am Anfang richtig weit unten. Wieso ist der vor allem mein Platz 1? Ja, ich bin endlich bei 50% meiner Ziel ist erreicht. No. Junge. Es ist schon big, ja. Aber es ist gerade schon ein Kackmodul. Am besten sind Nachos mit Käse und das dann mit Käsesauce. Aber mir wurscht, wenn ich an dem Tag kann. Ich packe noch Nedim ein. Wie weit ist der Alert verzögert? Ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum muss man Mitglied sein? Man muss gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ich kriege gleich einen Ausraster bei diesem Modul, ne? Ich sag's euch. Und ich muss noch zweieinhalb. Halt wenigstens guten Stuff. Ja. Ist okay. Thiago, ich hoffe, du hast wenigstens guten Stuff für mich, Kollege. Weil du hier schon große Töne spuckst. Und Silas. Für drei Monate auf Stufe drei. Alter, Junge. Alter, Leute. Lass mal ganz viel Liebe da. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ne, Thiago, du bist so ein Anti-Mate, ne? Hab zwei Goldteile. Ich bin gerade voll in love mit diesem riesigen Teddy in deinem Hintergrund. No. So. So, ich bin nur Mitglied, um dich zu unterstützen. Es ist mir komplett egal, was ich dafür kriege. No, dankeschön. Danke, danke, danke. Ihr müsst kein Mitglied sein. Das ist alles nur freiwillig. Ihr müsst gar nichts. Oh, mein Gott. So. Leute, bitte keine Emojis spammen. Dankeschön. Alter. Kommen die anderen? Junge, wir sind... Ich gehöre mit zu den letzten. Weil keiner gefühlt weiterkommt. Es sind nur zwei weiter. Warum wird nicht gegrüßt? Weil es mir einfach zu viel wird. Leider. Und einige wollen halt jeden zu ihm neu gegrüßt werden. Und das ist halt das Problem. Und man so jeden wenigstens nur einmal... Oh, mein Gott. Grüßen bist du okay. Aber einige wollen jeden zu ihm neu, neu, neu. Und dann soll ich noch so deren ganzen Familie mitgrüßen. Und das geht halt so auf Dauer leider nicht. Ich kriege gleich echt die Krise. Hi. Warum keine Emojis? Was meinst du? Hä? Man kann ja Emojis spammen, aber wenn... Äh, Emojis schreiben, aber wenn man die spammt, dann müssen... ...wird die Nachricht immer zurückgehalten und die Mods müssen jede einzelne Spam-Nachricht dann freischalten. Das ist halt eigentlich bloß zur Erleichterung von den Mods. Ja, ich hasse dieses Spiel. Cool. Hat doch Spaß gemacht, diese Runde. Geil. Ähm... Kennst du mich für den letzten Stream? Natürlich. Natürlich. Hey Fleckchen. Ich selber bezahle die YouTube-Mitgliedschaft, damit du dein Hobby finanzieren kannst. Wie süß. Dankeschön. Cool. Ich spiele auch Minecraft. Sehr schön. Ciao, ich muss los. Ich muss morgen zur Schule. Am besten gehst du früher live. Also nur als Tipp, um mich dabei zu haben bei... Ja, das ging halt bloß heute nicht anders. Ich fühle mich immer dann, wenn es geht. Und weil mein gutes Wetter ist, habe ich auch ungern live gehen. Und ja. Ich brauche mein Team. Joti, es tut mir leid. Ah, ich muss... Wer ist das? Hi, Robin. Oh, scheiße. Ich habe... Hast du... Du hast einen Stein. Ich war okay. Scheiße. Ich habe... Ich habe halt leider auch nicht mehr für Robin. Ich weiß nicht, ob er einen Bogen gebrauchen kann. Meint, ich spiele nicht mehr. Wie? Meint, ich spiele nicht mehr. Ey. Weil ich dich jetzt gekillt habe? Oder was? So macht... Macht es keinen Spaß. Hä? Ist das jetzt ernst gemeint? Okay. Hast du einen Discord-Server für deine Community? Ja. Habe ich. Oh mein Gott. Lass uns in Frieden. Junge, ich kann nichts auseinanderhalten. Scheiße. Ich kann... Das ist so schwer. Tiago, warum chillst du mit denen? Tiago! Hey, warum chillen wir mit denen? Warum? Hey, ich bin gerade neu im Live. Hi. Hi, ich war fast mal gerade auf. Alles gut. So. Oh. Danke. Kuss, 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 kuss. Junge, Tiago, du hast ja selber nur Goldstaff. Ich dachte, für andere zu nur so Scheißstaff. Junge, das tut weh. Ich bin ein neuer Fan von dir. Danke sehr. Kuss, kuss, kuss. Oha. Dankeschön. Wetsu ist halt nett im Gegensatz zu dir. Okay, wir holen uns die. Kommt. Wir kämpfen jetzt. Wir kämpfen jetzt. Die holen wir uns jetzt, wenn die so frech sind. Wetsu, ich hoffe, du bist kein Anti-Mate. Du musst jetzt mitkämpfen. Mann. Guck mal, Paul, das hast du jetzt, Jutti, angetan. Weil ich nur mal so kurz anmerke. Jungen, er kommt im Feuerzeug. Aua. Cringe. Hi, Tordi. Wie geht's dir? Alter. Junge, Ribble. Ribble kann halt nicht so ohne Feuer. Das muss halt zu solchen Mitteln greifen. Junge. Der hat ja null Chance. Oh, Mann. Der versucht sich mit jedem hier. Was ist das für ein Teammate? Der versucht mit jedem Team zu machen. Hä? Den brauchen wir zum Kämpfen. Und er? Er macht so. Er macht so. So. Ähm. Oh nein, Tordi. Tordi, Hase. Dankeschön, wenn ich Stufe 1 hab. Ich war grad so im Game, dass ich es gar nicht mitbekomme. Dankeschön. Danke, danke, danke. Du siehst du mal aus. Aber ich hab gestern auch drüber nachgedacht, Tordi, ne? Dass wir uns ja einfach erst... Ja, der ist wahrscheinlich eh schon über alle Berge, aber egal. Ich kenn Tordi einfach erst seit der Games kommen. Da haben wir Kontakt. Mir fänd's so lustig, dass er auch schon mit den anderen so bei mir zu Besuch war im November. Da haben wir uns ja mit 2Bad und Markus im Januar in Düsseldorf getroffen und so. Ich fänd's irgendwie so lustig, wieso man erst so, ähm, kurz Kontakt und irgendwie hat man doch schon so relativ viel so erlebt oder gemacht oder so. Da fänd ich irgendwie ganz cool. Äh, hi Monique. Das Team Rot ist einfach viel zu OP, ja. Das stimmt. Jakob, gleich brauch ich dich aber. Gleich brauch ich dich aber. Ich hab mir grad Reis angebraten und so eine Tomatenrabenssoße selber gemacht. Das schmeckt richtig ekelhaft. Meine Mutter ist so toll und bringt meine Pizza. Wie süß. Süß, süß, süß. Ich bin da. Okay, sehr gut. Ja, komm, dann passt alles. Mehr Tordi erlebt als mit mir. Mehr Tordi erlebt als mit mir, ja. Wahrscheinlich schon. Ich bin Mitglied. Hä? Da hast du doch gar keine Pizza vom Namen. Äh, so. Junge, die Armen. Nee, Thiago bleibt stark. Er bleibt stark. Ja, wie kann man so schlecht sein? Wie kann man so schlecht sein? Das sah so dolly aus. Ich mag deine Videos. Dankeschön. Kuss, 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 kuss. Guten Abend, Tainadin. Unfair. 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 Ihr seid locker alle ins Team gegangen. Ihr seid locker. Ihr seid locker absichtlich ins Team gegangen. Nein, sind wir nicht. Ja. So, wirklich, du. Familie Frugel. Wir haben im Discord gesagt, es war extra. Ja, ja. So, Jakob, wir holen jetzt die Runde. Ich hab mir in die Hose gekackt, Junge. Wer bist du? Drei. Das ist meine Lieblings-Youtuberin. Dankeschön. Okay, ich hoffe, Jakob kommt in die Runde, sonst heule ich. Jakob. Also, Leute, es darf nur Jakob in mein Team, also bitte nicht in mein Team joinen. Danke, danke, danke. Was ist das denn für ein Mist? Man kann nur die 4,99 Euro Mitgliedschaft verschenken. Ja, das finde ich auch so dumm. Und ich wüsste nicht, dass ich es irgendwie umstellen kann. Ich glaube, ich kann es nicht umstellen. Zumindest habe ich jetzt auch schon zwei andere Mods gefragt, die meinten, das kann man nicht. Hi, Mama. Wie geht es dir, mein Schatz? Die sind übrigens in ein Team gegangen vorhin. Oh, Ribble, was sagt ihr zu der Aussage? Stimmt das, Ribble? Ribble, guck mal, Chat, was sagst du dazu? Stimmt das? Oh, wie viele Menschen reden da, ja, das war gerade Ohrenschmerzen. Sehr gut, sehr schön, Mama. Hier, Jussi, wolltest du nicht meiner Mutter noch was sagen? Äh, das hat sie gleich letztens in den YouTube-Chat geschrieben. So. Irgendwas schreibt mir bitte nicht so einen Kack in den Chat. So. Nicht, weil einige sind nicht in der Runde drin, weil es einfach zu viele Menschen sind. Hi, Sibel. Hi, Konzi. So. Wer? Du. Wenn es mit Wer hat gefragt kommt, dann bist du noch unnüßiger. Ja, Ribble. Äh, ähm. Äußert sie ja auch nicht, ne? So ein Hund. Was ist das hier denn für ein Modul? Hi, Eli. Wir springen hier. Oh, Ribble hat die Party verlassen. Oh. Ups, ich schreibe Runde. Ich wollte Team schreiben. Oh. So. Und danke schön für den Follow. Erika, wir lieben ihr Lebensmittel. Wieso verkauft ihr sie dann? Ach, Junge. Nee. Ja, sind sie. Hä? Nee, nee. Jakob, du warst nicht mal da. Du warst nicht mal da. Spitze auch Roblox. Nee. So. Ihr seid so dumm. Dann war es ja anders. Hm. Hm. Ist Frieda übrigens jetzt in der Runde? Oh, zu. Jäger. Als ob. Ist Frieda jetzt wieder nicht dabei? Oder was sehe ich? So. Hi. Hi. Hallo. Bin neu dazu gekommen. Was macht ihr gerade so? Wir spielen Jump League. Auf Gomme. Da kann jeder sehr gerne mitspielen. Und danke schön. Danke, danke, danke. Vielen lieben Dank. Für den ersten Mal, mir gibt es leckere Rippchen. Oh, guten Appetit dir. Guten Appetit. Mein Vater hat heute Gyros selber gemacht. Habe ich auch schön eine Instagram-Story gemacht. Also an der Stelle, Leute, folgt mir gerne auf Instagram. Da ist es genauso wie hier. Oder, wenn ihr Links anklicken könnt, könnt ihr auch Ausruhezeichen Instagram machen. Hm. So. Hallo, spielt auch mein Curved. Sehr schön. Sehr koppunanständig. Ja. Sah so geil aus. Ja. Ah, ich finde Pulled Pork und sowas. Wenn mein Vater Pulled Pork macht und so, finde ich geiler. Das finde ich echt geiler. Und Mama hat meinen gebliebenen Salat nicht gemacht. Mama. Ich bin gestern zum Kühlschrank gelaufen. Dann sehe ich so, oh, da ist der geile Fetakäse für den gemischten Salat. Und dann war er heute nicht auf dem Tisch. Wenn das Fleisch schneller fertig war, Mama dann nicht geschafft hat, den Salat zu machen, dann war ich traurig. Ich habe mich so sehr auf diesen Salat gefreut, ne? Und dann gibt es den einfach nicht. Ähm, du bist cool. Dankeschön. Du bist wieder wohl. Merci. 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 Jakob, wir holen die Runde, habe ich gehört, oder? Wir gewinnen das jetzt. Wir gewinnen das. So. Wo wohnst du? Ich wohne in Niedersachsen. In Ostfriesland lebe ich. Ich muss gehen. Kannst du morgen ein neues Video machen? Äh, ja, mache ich. Äh, morgen kommt neuer Lifestream online. Also, morgen streamere ich neu. Und... Hä, ist ne, die war auch nicht in der Runde. Oh mein Gott. Aua. Äh, 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 und neue Short. Jutsi ist fast weiter als Jakob. Jetzt sind wir Jakob 49, Jutsi 39. Jakob! Weniger schreiben, mehr anstrengen. Was ist dein Hobby? Äh, streamen. Sonst hab ich keine Hobbys. Oh mein Gott. Ich rassel erst. Erste Runde. Ja, nee, nee, nee. Das zählt nicht. Ich... Ich... Ich hätte extra mit dir in ein Team gegangen. Ich zähle auf dich, Jakob. Eine Frage. Warum ist Finn einfach hellblau? Und der einzige hellblau ist, den die hat gegangen. Weil sein... Das wäre richtig geil, wenn Gomme das auch könnte. Hallo Mausi. Pia, wie geht es dir? So. Junge, ich rass aus. Ich liebe deine Videos-Abos da. Dankeschön. Generell an... Dankeschön an alle, die heute schon ein Abo da gelassen haben. Kuss, 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 kuss. Morgen wieder Schwule, ja. Bye. Ciao. So. Wieso hassen ihr mich eigentlich so? Wieso? Du brauchst keinen Jedin, wenn du uns hast, Jakob. Außerdem glaube ich, das ist Ribble. Aua. Au. Ich glaube, Ribble trifft es herzer als dich mit den Fronts. Hm. Mann. Ich habe auch Ferien. Oha. Entspannt. Kein Bock auf Schule. Ich habe auch keinen Bock auf Arbeiten. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ribble wird nicht nur hier gemobbt. Ha, das stimmt. Woher du das nur weißt? Nee, der Arme. Ich musste nicht mal in der Gruppe sein, um zu erfahren, dass Ribble euer Mobbing-Opfer ist. Warte, was? Nee, nicht mehr wie dem, was du in Discord geschrieben hast. Hä? Ich? Ich? Was hab ich denn Schlimmes... Was hab ich denn Schlimmes im Discord geschrieben, Jakob? Wir haben morgen Englisch. Oh, der hatte ich nie Bock drauf. Egal. Er hatte es noch später. Okay. Okay. Du machst ungefähr 100 bis 200 Abos am Tag. Das ist richtig krass. Lasst alle ein Like da zu den 50.000 Abos. Siehst du, danke schön. Der Arme, Ribble. Ja, ehrlich so. Von mir. Sarah, sagst du genau. Er hat es wegen der Snapchat-Sache oder in welchen Nachrichten? Er hat es wegen Snapchat? Die Ribble ist jemand, der einen Strafzettel verpasst. Oh. Mir geht's gut und selbst mir geht's auch gut. Hm. Was? Jakob. Wegen deinen letzten... Hä? Aber da hab ich doch nur was an Ribble geschrieben. Da hab ich doch nur was an Ribble geschrieben. Ja, snap. Ja. Dieser Leitersprung, Paul. Oh. Ich find dich mega schön. Dankeschön. Hallo. Bin neu hier. Hi. Wie geht's dir? Wie geht's dir, Dora? Junge, ich war so weit schon, ne? Und da hab ich so dumm runtergefallen. Okay. Volle Konzentration jetzt. Doch nicht. Nee, danach meinst du, wo man durch die Zäune springen muss, Paul? Jetzt mal. Ich hoffe, einer hat den Chat im Auge. Und da hat die Zäune gehen sollen. Ehre. Ehre. Kuss. Oh mein Gott. Jakob, ich heule gleich. Ich heule gleich. Ich heule gleich, wirklich. Wieso? Es ist immer Modul 7, ne? Ich hasse 7. Ich hasse 7. Hab schon... Ach, Jakob. Soll ich dich trösten? So. Ich hab Schultern lang geschnitten. Ah, okay. Ja, okay. Ich hab morgen 4 Stunden Mathe. Uff. Das wird mir auch stinken. Wie geht's zu meinem Text-Shop-Hack-YouTuber? Junge. Das war ein Fehler, dass ich stehen geblieben bin, ja. Junge, ich raste gleich aus. Hast du Snapchat? Ja, aber es bringt nichts, mich da zu adden, weil irgendwie kann man keine Nachrichten mehr beschreiben. Das ist so dumm. Nur weil ich es zurück adde. Ich glaub, ich will ja meine Freundin in der Freundesliste da mit denen snappen. Junge, ich heule gleich. Hallo. Hi, Daria. Was sind das heute für hässliche Runden? Schaffst du, dass ich glaub an dich? Mann! Ja, das Modul schaff ich gleich, wenn ich hier keine Zeit mehr hab. Dann schaff ich das Modul. Das ist irgendwie immer so bei mir. Du bist der Beste. Bitte. Der. Und dankeschön für die Abos, die gerade reinkamen. Okay. Ein letztes Mal Konzentration. Ich raste aus. Cool. Jakob, ich hab Müll. Also, ich hoffe, du hast besseren Stuff. Junge. Aber es sind alle nicht wirklich vorangekommen, ne? Krass. Jakob, wo bist du? JT. Gelb. Auch nicht Jakob. Jakob? Jakob! Danke. Hast du nicht Eisen? Ich dachte, du hast Eisenrüstung. Nö, gar nichts. Ja, also, ich glaub, die Rolle wird nicht. Ich findest vom Server gelöftet. Hä? Wir gewinnen. Komm, wir gewinnen. Okay. Hinter uns, hinter uns. Ich bin da gefett, Fingerzack. Abwila. Abwila ist auch besser geworden. Oh mein Gott, Jakob, 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 Jakob. Renn, 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 renn. Hier sind zu viele Leute. Einfach mal TNT rein. Was sind alle so unfreundlich zu Sarah? Ich bin rausgekehrt. Ich bin rausgekehrt. Ich bin rausgekehrt. Ich bin rausgekehrt. Ich hab dich nicht mehr. Nein, das. Oh. Ist okay. Ich habe hier weg. Gar nichts. Uff. Okay. Das ist Screamclash, was mit Jakob. Welcher Server? GOMHD.net. Bruder, ja. Nein, wir haben gesagt, du machst das nicht mehr. Was hab ich davon? Gar nichts. Hm. Junge, was haben die denn? Das ist ja so frech. Oh. Du bist so klein, Sarah. Wie auch immer du denn gekommen bist. Danke, du auch. Ich hatte Glück. Oh, das ist gut. Ah, nein, er ist auch hier. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte, Jakob, Jakob, Jakob. Renn, 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 renn. Oh nein, die boosten sich. Hm. Nein, der hat ein halbes. Ich dachte, ich kann deinen Leben raten, aber ich bin zu schlecht. Was denn, Tastaturst du da? Mein ist lang und Jakob ist lang. Ja, der hat ein halbes. Ja, der hat ein halbes. Robin, musst du mit uns ziehen. Wir müssen mit Robin team einfach. Sa, die, die aufreißen sind zu dir, blockier sie. Alles gut. Alles gut, ich verkrafte das. Sa, darf ich was fragen, ja? Okay. Ah, das sind die roten. Wir brauchen die Eisner, was denn? Alter, warum haben die Eisner? Wir haben nichts. Wir haben kein einziges Teil, Eisen. Wie frech. Jotty, wir brauchen dein Stuff. Jotty, gib uns dein Stuff. Bitte, bitte, bitte. Wir haben sogar Bitte gesagt. Hä? Was? Ich habe gar nicht gedacht, was Jotty da gerade gemacht hat. Oh, die Arme. Jotty, wir lieben dich. Wir lieben dich. Die lebt ja immer noch. Sie hat noch zwei Herzen sogar. Der andere nicht. Jetzt kommen die. Komm, warte, rauf, 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 rauf. Okay, äh. Oh mein Gott, ich bin tot. Er hatte wieder ein Herz. Warum hat er da nur so wenig? Ja, komm, nächste Runde gewinnen wir. Nächste gewinnen wir. Ah, jetzt weiß ich, warum Jotty so viel hat. Jetzt weiß ich. Glaube ich die hier irgendwie nicht mehr. Ey. Ich glaube, es gibt ein Duell zwischen Pink und Rot. Das glaube ich auch. Das ist so frech. Hi, Sarah. Hi, Elisabeth. Hallöchen. Hallöchen. Äh, ähm. Okay. Ich schreibe meinen Bruder da so viel in die Gruppe. Okay. Jotty, du holst das jetzt. Ich glaube an dich. Komm. Oh. Robin, Jotty, zieh mal. Zeit nimmt die. Zeit nimmt die. Zeit nimmt die. Mach die fertig. Schade. Schade. Einzusehen sonst. Oh, Jakob. Ach, Jakob. Ähm. Ich hab mal bei Live von dir gesagt, dass ich die... Dass ich den Ehrlich Brothers gehe. Und das war so geil. Also, Ehrlich Brothers ist schon cool. Also, ich war da ja auch einmal. Vor ein paar Jahren. Das war auch schon cool. Oh. Wo war Robin? Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich hab keinen Plan. Was er immer so macht. Was für uns für Eversara? So. No, 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 no. Meine Gedanken bei einem Villager-Trade 64. Oh, äh, jemand vor ihnen zu erde. Ja. Hallo. Okay. Jakob, willkommen. Du kommst in die Runde. Hallo. Wir. Ähm. So. Wir machen noch eine Runde Jump League. Dann spielen wir noch Skywars. Ich mache eh heute wieder einen spannenden, kurzen Stream. So. Split. Bewährte mal meinen Skin. Okay. Okay, okay, okay. Kirche hat mich so hart gecarried. Jedenfalls, er war echt ein gutes Team. Ich glaube, das war so... Vor allem, weil Kirche ich auch nicht kannte. Aber ich glaube, er war so ein richtig unerwartetes, gutes Team. So. Ja. Jupp, 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 jupp. Kannst du mal drei Teams machen? Äh, können wir gleich in Skywars. Nein, sag nicht, Jakob ist nicht dabei. Oh mein Gott, Jakob. Warte, Leute, ich brauche Jakob. Es tut mir leid. Oh mein Gott, es wird gleich irgendwer sauber auf mich sein, weil die Person jetzt nicht dabei ist. Ich brauche Jakob. Es tut mir leid. Mann, das ist doch so kacke. Kann ich irgendwie was einstellen? Bin sauer. Kann ich irgendwas einstellen, dass, ähm, Jakob immer mitgezogen wird? Gibt's das? Kann man das? Weiß das jemand? Ne, locker. Jakob holt jetzt wieder nicht rein. Tja, keine Ahnung, ob das was bringt. Ja, 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 Paul, das war auch gerade mein Gedanke. Oh mein Gott, Jakob, ja. Ich hatte gerade so Angst, weil erst noch keiner im Team war. Sarah, was ist zu? Ich bin Muslim und wir haben noch zwei Tage noch fast. Ne, tu ich dich. Tu ich nicht. Es gibt ja so Mario-Update. Danke für nix, Sarah. Oh nein. Oh nein. Es tut mir leid. Ripple hat ja ganz schön schnell einen neuen Teammate gefunden. Hä, wie viele sind wir denn? 21 Leute. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, okay. Jetzt bin ich nicht drin. Oh nein. Ja, doch, du bist drin. Ey, ihr, Paul, du Lappen. Ihr seid so frech, Alter. Es tut mir leid. Vor allem zum dritten Mal hintereinander. Wir haben, das ist erst die dritte Runde. Und die erste war es mit mir in einem Team. Also irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Oh Mann. Oh. Oh no. Robin auch verlassen. Nur weil Sarah liefen muss, anstatt mit einem anderen Team. Junge, weil ihr, ihr macht euch immer zu solchen OP-Teams. Da muss ich euch wieder drauf verlassen, dass ich auch einen guten Mate bekomme. Da will ich irgendwie so ansatzweise so eine Chance haben. Hm. So. Findest du dich so sauer? Findest du mir leid. Ich hab dich lieb. Ich geh jetzt raus. Okay. Ciao. Ich bin aber auch nicht gut. Doch, 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 doch. Bist du. So gut, dass du von Zitoxin gebannt wurdest. Also. Ja. Ich geh jetzt auf den Eiffelturm, Freunde. Oder auch nicht, Freunde. So. 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 Ich bin mal nur dieselben Leute. Ich geh jetzt an der Bank. Alter. Wie? Es näht ihm auch. Oh mein Gott. So. Ich muss kurz kratzen. So. Ähm. Bei mir ist es so, ich bin in einer evangelischen Schule, deswegen haben wir jeden Monat Andacht. Oh, okay. Sarah ist echt die Beste. Bitte alle abonnieren. Süß. Äh. Wir spielen heute kein Mario Party, falls du darauf hinaus wolltest. Heute nicht. Oh mein Gott. Warum? War ich damals so ne Kacke? Ne. War auch in der Runde, wo du gelieft bist. Als. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Könnt euch bei Jakob bedanken. Guck mal. Hätte Jakob Premium. Dann wäre das Problem nicht da. Dann hätten wir das Problem nicht. Oh. Jetzt fühle ich mich schlecht. Nein. Nein. Danke Jakob. Die haben mich eh genervt. Guck. Ich glaube, die Leute sind echt froh, dass sie meine Runde ohne euch spielen können. Also von daher. Danke Jakob für nix. Shit. Sorry Jakob. So. Äh. Wann Skywars? Gleich. Hier nach. Hier nach. Ey. Das war ein Joke. Sarah sei nicht so fies. Ach so. Hm. Ja. Hier. Ich würde warten. Du bist immer der Fiese hier von allen. Paul. So. Nebenbeiten. Eine Runde ohne uns. Aber mit Sarah und Jakob. Ich habe die deutlich besseren. Was? Wahrscheinlich. Hä? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind Jakob und nicht besser. Ich bin ein Klotz am Bein für Jakob. Der Arme muss auch immer mit Team. Ähm. Ehrlich. Live habe ich die ganze Zeit gewartet. No. Ich liebe meine Community. Ach Paul. Nehmt euch ein Beispiel an Paul. Paul hat auch Premium. Der Gute. Der hat alles richtig gemacht. Wieso schaue ich nicht dumm? Du siehst schön aus. Danke sehr. Ja kauf mir. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld. So. Ähm. Liebe Gerüste von Juli nach mir. Die Gerüste zurück. Die zwei Süßis. So. Ich habe schon gemerkt im Sprung. Das wird nichts. Sarah bitte helfen. Ich komme im Wasser irgendwie nicht voran. Das geht nicht. Ich kann irgendwie nicht tauchen. Ich weiß leider gerade nicht wo du bist. Deswegen. Weiß ich gerade nicht wie ich helfen soll. Muss wir mir Subs giften. Ja. Nein. So. Ah. Nochmal sprinten sollst du. einfach 20 Leute in der Party. Ist so krass wie viele in der Party sind. Dropper. Leertaste. Äh. Leertaste im Wasser. Hier. Probier mal sprinten. Probier mal Leertaste. Probier mal alles. Danke. So. Was war dumm? Warte. Warte. Okay. Hä? Ist du Amelia? Hä? Amelia trollt rein und dann banne ich sie. Oder ihn. Und dann edit sie. Oder er mich. Hä? Na ja. Das kann Amelia auch in den Chat schreiben. In YouTube, Twitch Chat. Wie auch immer. So. Wer ist zu Ripple? Der ist gerade nicht in. Ah doch. Let's Ripple. Ja doch. Er ist doch da. Ich dachte, er ist auch nicht reingekommen. Dreimal hintereinander Modell 7 geschafft. Also bis dahin. Oh. Sehr gut. Oha. Wie gut du bist. Ja. Trotzdem gerade runtergefallen. Scheinbar doch nicht so gut. So. Jump League ist nicht mehr mein Lieblingsspiel. Ist nicht mehr mein Lieblingsspiel. Eigentlich ist Jump League geil. Werden die Module nicht mittlerweile so schwer alle. So. Jump League. Nee. Jump League, als es noch auf Playminity war. Alter. Das war geil. Ich bin schon wieder zu früh gesprungen. Auf Playminity war es am geilsten. Da gab es das hier auf Gorn. Wenn ich meine. Die Module sollten kürzer sein. Ja. Auf jeden Fall. Warum machst du nicht so viele Shorts? Hä? Ich lade doch jeden Tag. Jeden Tag lade ich doch was hoch. Und da sitzen schon Ewigkeiten dran. Bist besser geworden. Ich? Oder Jutti. Ich glaube, an Jutti ging das, oder? Das will wenigstens im Kontext fassen. Ja. Ist so dumm, dass ich nie sehe, an wen die Nachrichten ging. Wenn jemand geantwortet hat auf irgendwen. Und die schwersten Jumps am Ende macht Egeschlagen. Ja. Das sehe ich auch frech. Das war so froh, dass man da angekommen ist. Und dann kommt so ein richtiger Kack-Jump. Jutti. Okay. Zum dritten Mal nicht drin. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Was wird zum dritten Mal? Das ist doch erst die dritte Runde. Und in der ersten Runde waren wir in einem Team. Heißt du setzt jetzt zwei Runden aus. Was auch nervig ist, aber trotzdem. Ja. Komische Franzose. Ich hasse diesen Eiffelturm. Achso. Nein, vier. Hä? Einmal random Teams. Dann gerade... Hä? Das ist doch erst die dritte Runde, die wir jetzt Jump League spielen, oder nicht? Einmal waren wir zufällige Teams. Dann einmal gerade mit Jakob. Und jetzt die, oder nicht? Hi, Lina. Geht doch. Bin ich dumm? Scheinbar. Ich schaffe den nicht. Oh mein Gott. Danke. Ja. Feierfoto. Ja, das Modul hat ja auch nur zehn Jahre gedauert. Sag mal, wieso machst du nicht so viele Shorts? Hä? Aber ich machte ja gerade schon. Ich lad doch jeden Tag einen Short hoch. Wie viel soll ich denn noch hochladen? Hm. Sarah, viel Spaß beim Modul C. Ja, soher komme ich eh nicht. Dafür ist zu wenig Zeit. Ah ja, kommt beim nächsten sogar gleich weit. So. Was ist das denn, Alter? Erstmal die Kiste. Ah, wow. Habe ich nichts draus gebraucht? Oh, Gott. Oh mein Gott. Habe ich gesehen, dass das so ein Kack ist. Jakob, hast du bessere Schuhe für mich? Ich habe nur Gold. So. Jakob, wenn du hier Patz hast, kann ich auch verzaubern. Ja, okay. Sehr gut. Sehr gut. Das war sehr wenig für mich. Ich mag dich. Was? Mach jeden Tag zwei Shorts. Ja, mach jeden Tag zwei Shorts. Irgendwann, da hätte ich gar keine Freizeit mehr. Ich hätte da schon keine mehr. Jakob. Jakob, wo bist du? Jakob, wo bist du? Hi, Jakob. Soll ich dein Schwert verzaubern? Dann nicht. I'm sorry. Äh, warte mal. Vielleicht doch, warte. Noch nicht ein Schaden. Ich habe noch ein Level. Du hast schon scheiße. Ich habe noch eins. Versuch mal. So. Du bist so geil, Junge. Ich habe darauf gewartet, dass du irgendwas Nettes zu mir sagst. Jakob, warte, Jakob, bitte, bitte, bitte. Nee. Warum, worauf sollen wir warten? Weiß ich nicht. Was zackerst du, Bro? Er hat auch nichts gesagt. Sonst hätten wir uns das vielleicht nochmal überlegt. Mal gucken. Ja, okay, dann nicht. Nein, Achtung, ich muss eigentlich essen. Oh Gott, was ist mir erschrocken. So, jetzt essen. Er findet dich geil. Lol. Irgendeine. Statement, Jakob? Äh, ja. 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 Aber selten kriegst du nicht. Oh. Wenn du jetzt überlegen, sogar nicht. Mhm. Irgendwann sind hier wieder viele Leute. Oh Gott, Jutsi. Jutsi, ich liebe dich. Vielleicht nicht. Oh, Jakob. Jetzt kann ich schon wieder auf Jutsi. Okay, Jutsi geht auf mich, dann kann ich auch auf sie. Jetzt habe ich sie in Ruhe gelassen. Ja, die sind recht wütend. Oh nein, wir können dich schon wieder auf Jutsi. Wir können dich schon wieder auf Jutsi. Lass Jutsi in Ruhe. Ja, auf einmal. So, jetzt gehen wir weg. Oh, ich habe schon Wirbelstimme. Ich habe schon direkt schlechte Laune. Schwarz. Schwarz. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht jetzt auch noch zu der Mobbinggruppe von euch zugehören. Ist auch da so. Nein. Doch, ich erlaub's dir. Der kommt damit. Also, so bin ich nicht. Ja. Jutsi, ich habe auswählend rausgetabt. Oh nein. Ich habe was für dich. Oh. It's off. Oha. Dankeschön. Ah, ich glaube, Steinwertschwert verzauert. Ist vielleicht besser, oder? Äh, I don't know. Aber macht scheinbar keinen Unterschied. Hä? Was war denn das denn? Das, Sarah, genauso ist... Nein. Du dich nicht. Hey, Elirian. Nein. Paul. Was ist besser? Schokolade oder Gummibärchen? Auf jeden Fall Schokolade. Also, da, freiwillig was anderes nennen. Wo sind die eigentlich, die Brays? Keine Ahnung. Ich habe den Namen kurz gesehen. Der Arme. Lucario. Oh, Lucario war ein geiles Pokémon. Ja, komm. Okay, Sarah. Pass auf. Ja. Oh. Junge, ich habe irgendwie kassiert. Ja, aber mir geht immer auf mich der Hund. Ich sterbe, ne? Weil ich schlecht bin gerade. Er ist ein Goldapfel. Ich muss weg, Jakob. Oh mein Gott. Er hat 10,5. Bis hätte ich das gewusst. Hab. Hab Jakob. Ich muss zu Jakob. Jakob, wir sind besser als die. Wir sind besser als die. Ich rein mal kurz. Bin ich der Einzige, der Haribo richtig abteuert? Ich finde Haribo richtig ekelhaft. Oh Gott. Ich bin versprungen. Junge, frech. Ich bin hängen geblieben. Ich nehme meinen Quatsch einmal. Ach, dann können die von dir dann Kuchen. Na? Oh, ich renne noch ein bisschen. Ich mache einen kleinen Marathonlauf. Ja. Kommt doch. Kommt doch, du Eierloch. Tschüss. Jetzt kümmer dich mal an Jakob bitte. Oh Mann, jetzt kümmer dich mal an Jakob. Oh Mann, es macht zu sehr Spaß. Du hast ihn gebildet nach. Das ist super. Scheiße, ich habe einen Hitmeer kassiert. Das war es mit Baru. Er hat ein halbes. Oh, hi. Sein Maid ist mal tot. Er ist ja ein halbes. Verkackt. Ja, danach Sky muss immer noch. Gegen mich. Bitte? Er will 101 gegen dich. Oh. Aber du hast nur ein Leben. Mach, du. Er will gegen dich. Ach so, ja, okay. Okay, wir können starten. Können wir ein 1v1 machen? Ja, mach, komm. Okay, gegen dich? Ja. So, hast du Gold? Kannst du ja gleich aus der Kiste nehmen. Ich habe verkargt. Ich kann irgendwie nicht gegen Wirbel kämpfen. Ich kann es einfach nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich kann gegen Wirbel einfach nicht kämpfen. Ich kann es einfach nicht. Und Wirbel macht mich immer... Er macht mich irgendwie immer so sauer. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Irgendwie, wenn ich hier schon... Hör ich dir da schon so reden, hör. Dann wäre ich immer schon so sauer, innerlich. Guck mal, wärst du 1 zu 8, hätte ich den fertig gemacht. Wirklich. In Skyros bin ich besser als er. Aber 1 zu 20 PvP nicht. 1 zu 8 bin ich mir zu 100% sicher, dass ich gewonnen hätte. Lass ihn doch in Ruhe. Nein, Lübel weiß, dass ich ihn lieb habe. Er weiß das. Ja, wo ist denn? Nein, Lübel. Ich war auch kacke, alles gut. Nein, ihr wart echt gut. Also ihr habt mir gut gedrückt. Nein. Oh Gott. Oh Mann, jetzt bin ich noch so lieb. Jetzt bin ich noch schlechter. Jetzt bin ich noch schlechter. Ja. Oh, Avila. Dein Skin sieht echt nice aus. Ist hübsch, ist hübsch. Ich komme morgen noch mal rein. Okay, dann morgen. So. Riffles zu sein. Ich, 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 ich darf. Ihr seid schlechter Umgang. Ich passe mich euch an. Das ist nicht gut. Da wird eine schlechte Seite mir vorher geweckt. Hm. 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 Ah. Scheiße, stimmt. Version wechseln. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Ach, Sarilei, nicht sauer sein. Doch, 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 doch. Doch. 1, 8. Ist klar. Jetzt sind wir schuld. Genau. Oh, stimmt. Ich muss noch gegen Hirschbraten. 1, 2, 1 machen. Hat Hirschbraten schon eingelöst? Dann machen wir jetzt erst 1, 2, 1. Hat er eingelöst? Okay, sehr gut. Hängt die Schokolade von 1 bis 10 voll. Michael, Litter, bitte. Oh, keine Ahnung. Ich wechsle auch. Okay, dann mache ich in der Zeit mit. Ähm, Hirschbraten 1 versus 1. So. So. Hm. Liegt alles an Nedim. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Nedim hier viel ausmacht. Ich glaube, der ist auch so ein frecher Bengel. Okay, hier sprang ein Koffer schnell in die Party. Feuer Foto, bitte nicht solche Witze machen. Bitte. Hey Marcel, Modora, wie geht's dir? Leute, ich hab ne neue Party. 12 versus 1, hätte er mich so gezogen. Ja, wäre es 1, 8 gewesen auch. Alleine, aber ja. Ich muss Sarah beibringen, lief es sein. Äh, nein. Ne, bin voll der Süße. Siehe, Insta-DMs. Junge, du wolltest mich mit Geld bestechen. Nein, Spaß. Ja, ich bin aufwarten. Das wäre so lustig. Kennen die anderen Jungs die Insta-DMs? Oder nicht? Kennen die Jungs die? Kids 1 versus 1. Ich mach schnell gegen Hirschbraten. Nee. Echt nicht? Ja, 1, 8 bin ich echt nicht gut. Ja, ich bin 1, 20 halt nicht gut. Gut, ich lerne das halt erst seit kurzem, deswegen. Nur, dass ich gestimmt habe, genau was drinsteht. Äh, Mann. Darf ich bitte später einen Screenshot reinschicken? Nur einen. Einen nur. Also, das ist... Also, es könnte nicht schlimmer sein, so. Also, das ist so... Boah, Junge, das erste Mal ich ein Feuer gut gesetzt hab. Ich hab noch nie in meinem Leben ein Feuer gesetzt. Nein, Junge. Die DMs, das sind die lustigsten DMs mit Zuschauern, die ich jemals gesehen hab. Sarah, PvP, Gott. No. Ja, das Feuer hat mich grad gecarried. Also, noch einmal. Ja, ich spiel nie mit Feuer. Ich hasse das, mit Feuer zu spielen. Äh? Ja, ich hoffe, man hat on stream gesehen, wie es geleckt hat. Hat man das gesehen? Bitte sag mir das. Weil man sieht das nie, wenn es einmal ruckelt on stream. Bitte sag mir, man hat's gesehen. Bitte. Selbst wenn man's gesehen hätte, würde ich ja nicht sagen, dass man's gesehen hat. Würde ich ja nicht sagen. Ja, ja, hat man. Echt? Krass. Unfair. Oha. Er ist erst den Goldapfel. Wie frech. Ja, ich bin schlecht. Ja. Didi. So. Hm. Oh. Schlechte Ausrede. Spaß. Ja, ja, ja. Kollege. Wait. Wieso Jakob? Worauf? Hm, 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 hm. Schmuddelinchen auf dem Bildername. Jakob, musst du wieder zur Tankstelle fahren? Jakob ist nun online? Hm, hm. Ja, Kippen. Krass. So ehrlich, dich nicht eingeschätzt, ne? Heftig. Heftig, wie sehr man sich im Menschen täuschen kann. So. Jakob muss seinen Crush wieder snapshaken. Aha. Aha, okay. Wer ist denn Jakobs Crush? Kann ich Team? Äh, ich mach mit Jakob. Meist denn echt Sarah? Ja. Also, ich hoffe jetzt schon, dass das Jakob in mein Team kommt. Jakob? Wo bist du? Komm, in mein Team. Drei. Okay. So. Ähm, er betrügt dich. Jakob? 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 Jakob ist Kippenholen. Wo ist Jakob? Ach da. Betrügst du mich? Nein. Das hat Fan geschrieben. Ja, die wollen alle das Team ins Team kommen. Wollen die einen Kale zwischen uns schreiben? Nedim kommt Discord wieder. Arsch, geh hoch. Nedim. Käsegut. Nedim Team. Ja, okay, welches. Nedim. Nedim. Nedim Team. Nein, nein. Nedim? Wieso ein Fan? Ja, da, ja. Die gehen ein Fan, schon nach. Da, ich bitte, da, ich bitte liegen. Nein, nein, nein. Auch nicht on-stream, in die Gruppe nur. Die ist frei. Nee. Ach, Mann. Nein. Was? Was hast du gesagt? Ja, wegen den Insta-Nachrichten. Ja, willst du sie sehen, ne? Alter. Der Schick auf Dings. Nein, das ist ehrenlos, wenn er es nicht will. Mann, ich hab nichts, Jakob. Jakob ist nicht guter Mensch. Warum? Oha. Wird ausgeschrieben? Ja, von YouTube. Hiba. Finde es toll, wie du mich Kollege nennst. Danke, Sarah. Hast du es da? Sag mir nix. Nee, das war's. Hast du Glöcke? Danke. Jo, well, komm. Ich kann mir nicht meine Angel machen. Sieh, was ist das für eine grausame Runde? Diese Runde ist schrecklich. Jakob, welche Nationalitäten hast du? Deutsch. Ah. Woher die Frage? Ich wurde das gerade gefragt, dachte ich, frage ich dich. Okay. Ich bin so schlecht im Craften. Ich bin auch Deutsche. So. Sarah, eine Frage, ja? Ich dachte gerade schon, du bist schon in den Kampf gegangen. Ja, bin ich auch. Die haben irgendwie... Oh. Guten Stuff. Nee. Hilfe! Ja. Junge. Warum bin ich denn so... Wieso... Hm. Jakob holt das schon. Hä? Wieso bin ich denn so ein Bot? Warum war ich gerade so ein Bot? Man, wieso fühle ich mich schon wieder so lange? Morgen ist es schon wieder so spät. Ähm, wir müssen einfach auf Gombardy.net schon. Also, Minecraft Java. Nee, ich kann ja gleich schon wieder gefühlt noch eine einzige Runde machen, weil es schon wieder so spät ist. Das ist traurig. So. So, ich habe so viele Hunde. Ich auch. Aber nicht irgendwie live. Spaß. Oh, auch noch gegen Ripple. Oh. Er hat es überlebt. Hm. Eine Ripple mit seinem Kackbogen, ne? Nein, schau mal zu mir. Alter! Junge! Avila holt Finn hier gleich! Junge, Avila richtig gut! Avila richtig, richtig gut! Junge. Wie sieht die bei Jakob aus? Oh. Hi, Easyfire. Mein Lieblingstier ist die Katze. Oha, die armen Hunde ja... Boah. La-li-lu. Nur der Mann im Mond. Schau zu. Lol! Finn wurde von Avila getötet. Finn, bist du durch die Border gestorben? Und Avila durch Finn. Oh. Finn, bist du durch die Border? So, bleib mal bis nur live. Nee, ich muss noch essen. Ich muss auch gleich aufnehmen, weil eigentlich, weil ich es vorhin im Stream mache, aber habe ich nicht gebacken bekommen. Ja. Kack, Border. Oh mein Gott, ich habe Finn getötet und er hat mich. Junge. So, deine Border hat mich gekillt. Ah, okay. Ich habe es mir schon gedacht. Avila, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss ich mein Ranzen noch packen? Boah. Ranzen packen fand ich immer so schlimm. Ich war so nervig. Boah, wenn ich das nicht mehr muss. Bag. Hallo, Grillfleisch. Grillfleisch. Nee, Gilfleisch. Gilfleisch. Ich kriege es immer erst Grillfleisch. Grillfleisch. Machst du mal einen Smalltalk-Stream? Ähm, also am Anfang vom Stream quatsche ich ja immer. Oder was meinst du genau mit Smalltalk-Stream? Hello, Cutie. Hi. Irgendwie bitte gar nicht zu sehr schwitzen, weil ich mache nur eine Runde oder nicht. Damit sich das nicht unnötig hinausgegert. So, Jakob, du holst das jetzt für mich. Hoffentlich. Ich glaube an dich. Oh, bis jetzt? Oh. Okay, Jakob hat richtig gute Hits bekommen. So. Hm. Ripple, Nedim, Finn und so. Ihr macht jetzt ja gerade auch Zweierteams. Könnt ihr in den Teams bleiben und jemanden von den nicht so guten PvP-Leuten aufnehmen? Also, mir ist halt bloß wichtig, dass das nicht so ein over-poweredes PvP-Team ist. Weil dann kann ich das nämlich auch machen. Weil sonst ein bisschen low. Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Ist, äh, Frieda eigentlich noch da? Ne, ne? Frieda muss glaube ich gehen, oder nicht? Ripple, mich hier. Hier, Sprat. Du bist voll gut. Du bist voll gut. Gleich zu dir. Ja, sonst hätte ich mir nicht Avila mitgenommen. So, werde ich bei euch aufgenommen. Hä? Ich bin bad. Ihr seid gut. Ich finde es geil, dass es genau jetzt gerade nur die schreiben, die gut sind. Ja, ne, die, Ripple, Finn und so. Macht ihr das alle? So, bis wie viel over-poweredes? Vielleicht, ich glaube, ich spiele gleich noch eine Runde Skywars und dann... Ich vertraue euch, dass ihr erstmal... Rida musste weg. Ah, okay. Ich bin auch schlecht. Ingedario, du bist auch nicht schlecht. Du bist auch nicht schlecht, du Lügner. Sar, kann ich zu euch? Ich habe schon Avila zugesagt. GG. Warte, halt jetzt. Danke fürs 1-wurz-1, Kollegen. Bitte. Jucka, Jucka, Jucka. Danke, Sarah. Ne, Dim, sei nicht so frech. Ne, Dim, böse. Ja, sorry. Nadim. Ne. Nadim, Nadim. Nadim. Ja, hier, Avila, du kommst in unser Team. So. Also, hier, Ripple und alle hier, die ganze Gang. Macht mal bitte, dass ihr jeweils eine Person aufnehmt, die vielleicht nicht so zu den guten PvP-Leuten gehört. Kann ich dazu Ripple? Also, du bist eigentlich schon einer von den Guten. Weiß ja nicht, ob hier wer anders von den Schlechteren noch Asyl sucht. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Wieviel sind wir? 21. Tavernen. Thiago. Thiago ist so... Ja, wahrscheinlich ist Thiago schlecht. Wahrscheinlich ist Thiago schlecht. Ging zwei. Ey, da frechdeckst du uns rein. Wir müssen zu Avila. Avila. Avila, komm mal Team 3, Jakob. Bin. Ja, jetzt Avila auch dabei. Stabil. Ne, dem hast du Asylbeertrag. Nicht bei dir. Warum nicht? Ja, guck dir mal Team 7 an. Guck dir mal Team... Team 1, bitte. Team 1 ist wirklich... Alter! Team 1 ist fair. Nein, nein, nein. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Irgendwer muss da raus von euch. Irgendeiner muss da raus. Ja, Paluten-Fan muss raus da. Paluten-Fan muss raus. Ich bleib bei Liquid. Ich bleib bei Liquid. Ja, Paluten-Fan raus. Der muss raus. Team 5 ist krass. Ne, Paluten-Bleib. Junge, das ist der größte Schwitzer überhaupt. Ja, Junge. Der durchfresser Team. Junge, der... Ah, ich weiß nicht, es ist cool. Junge, da ist Team 1. Das ist ja so hart unfair. Das ist frech. So. Ja, gegen die hat man ja gar keine Chance dann. Oh, Junge, was mach ich hier? Ja, da halt Feuerfoto. Klar, deswegen mag ich halt nicht so gern 3er Teams, weil dann tun sich halt immer so die Besten zusammen und dann das abfuckt. Dann bockt das nicht so. So. Hallo? Ja? Ich brauche hier auch nix. Äh, alles gut. Ja, Vila, Lebensmühle. Wo bist du? Ach, hier. Kommst du später Discord? Ich? Ja. Äh, vielleicht? Jetzt kannst du uns ja belästigen in der Gruppe. Ja. Das war ein Fehler von euch. Von Ribble, ja. Ich hab extra gesagt, er soll euch alle fragen. Ja, hatte aber nicht, aber egal. Echt nicht? Nee, aber ist egal. Ich hab extra, er so, oh, ich brauch die als Freund, um dich hinzufügen zu können. Ich so, hast du die schon gefragt? Er so, nee. Weil ich hab extra am Anfang gesagt, er soll fragen und dann hab ich nochmal gefragt. Ja, passt schon. Und, fein. Hat jemand Webs für mich und Blöcke? Ja, Team 1, mach mich so sauer. Einer ist tot von denen. Einer ist runtergefallen. So verdient. Ja. Wir gehen eine Map weiter. Der von denen ist runtergefallen. Oh, ups. Oh mein Gott. Jakob. Jakob. Oh. Sie hat gar kein Stuff. Jakob. Oh mein Gott. Jakob. Jakob. Das macht mich grad traurig. Was soll denn das? Hi, hab ich was verpasst? Äh, ich fast den ganzen Stream bin. Aber wieder verbraucht. Oh. Paul. Immer auf die Kleinen, ne? Ja. Immer auf die Kleinen. Frech. Fühlst du dich nicht schlecht dabei? So. Dann musst du wohl noch eine Runde dranhängen jetzt. Nee, 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 nee. Dann komm ich lieber Discord. Ah, wir holen jetzt Paul. Wie geht's? Ne? Wir riskieren's jetzt. Jungs, ich denke mir auch so, ich schlag Paul lieber mit der Angel. Ah, perfekt. Hä? 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 Das sah aus meiner Sicht grad so hart komisch aus. Dann macht Jakob auch Cam an, meinte er. Ja, macht er eh nicht. Das hast du davon. Aua. Das hast nur du gehört. Nee, ich hab das auch gehört. Ich hab das auch gehört. Doch, 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 Jakob. Doch, doch, doch. So, können wir... Äh, was für Plätze tauschen? Du gehst Schule und ich geh streamen. Ach so. Ja, da musst du aber arbeiten gehen. Doch, doch, doch. Bin tot, sorry. Alles gut, ich auch. Junge, wie weird war mein Tod, bitte. Der war richtig komisch. Naja, egal, Leute, ich muss jetzt den Stream beenden. Ich muss noch ein Video aufnehmen und schneiden und ich hab gar keinen Bock. Und ja, mh, also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin morgen wieder live. Und ja, bis morgen. Tschau.